Warum? Du hast gelassen. Was hat das? Oh, du hast gelackt. Voller epischer Hintergrund. Oh Gott! Komm, komm, komm! Jawoll! Oh Gott, jetzt ist dein Pilz weg, ey! Lass mich rein! Ja, lauf gegen die Stacheln! Kai kann dazwischen stehen, pass auf! Der kann aber unter dem Durchlaufen! Jetzt, jetzt! Oh, 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 oh! Ja, oh Gott! Jawoll! Eins gegen eins! Eins gegen eins, ohne Messer! Nein! Wiegt an der Ansage! So, pass auf, ich werde jetzt einen kleinen Schnitt machen! Drei, zwei, eins, Schnitt! Und wieder weit! Jetzt geht's weiter! Lockere Sache, wa? Wegen Part und so? Ne, wegen Desynchronisierung! Ah, ja! Von die Spiel! Der Spiel heißt das! Nein, das heißt doch, der ist doch der Gerät! Ja! Ja! Also stimmt meine Argumentation doch, oder nicht? Ja, es gibt, es gibt der Spiel! Was, der Spiel? Der Spiel gibt's für iPod! Und was spielst du da? Da musst du gegen der Gerät, ähm, Dönerfleisch schneiden! Hä, ernsthaft? Ja, unten rechts schneidet der Gerät und du musst mit Messer schneiden! Aber das, der Gerät, äh, kannst doch nicht gewinnen! Gewinnt immer! Nein, kann ich nicht! Er schneidet immer einmal mehr als du! Der schneidet, der schneidet schweißfrei! Ja! Und ist immer vor Schärfe im Auto, äh, im Auto wollte ich grad sagen! Im Geschäft! Ja, im Geschäft! Vor der Schärfe im Geschäft! Ja! Der, der Gerät macht immer 2000 Punkte und du, wenn du nicht richtig wärst, 1500 vielleicht! Heftig! Oh! Du warst wohl zu groß! Das war gewollt! Ja, Kai hätt's geschafft! Ich weiß! Brauchst du mir gar nicht erzählen! Erstmal lustige Sachen erzählen! Lustige Sachen? Okay! Ja, ohne Minderheiten-Behleiding und so! Ja, aber dann gibt es nichts Lustiges mehr! Darf man auch über Ausländer reden? Nein! Hier wird nichts geschnitten! Da sage ich ihm dann nichts! Ja! Peinliches Schweigen! Ja! 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 Hast du nichts mehr zu sagen oder was?! Warum mach ich denn mit dir let's play?! Weil du mich in der Schule dazu gezwungen hast! Warte? Ich hab dich zu gar nichts gezwungen! Doch! Nein! Du wolltest mich verhauen! Nein! Warte mal! Pausengeld hast du mir auch geklaut! Und welches Pausengeld! Du bist arm! Ich hab mein Pausenbrot. Du hast mir eine Beine gepackt und dann ausgeschüttelt. Ja komm, jetzt zeig, was du kannst. Mach Buma-Kuwanga. Der töte dich. 1-0 für Buma-Kuwanga. Da hab ich grad die Pilze geholt, ey. 1-1. Damit ich ein Ding passieren kann und dann Messer ziehen. Und dann Messer von hinten? Ja, von hinten. Ich nehme Hume und mach dich kalt. Wer war das? Wie, kennst du das? Ja. Das ist Muschiflo. Ja. Muschiflo ist schon recht skurril. Was für Musik hörst du eigentlich, ey? Das ist ein Geheimnis. Schlagermusik, schade. Was? Schlager? Ja, traurig. Nein, nicht Schlager. Schläger? Ja, Schläger. Was auch immer Schlägermusik ist. Ja. Genau. Ja, die hör ich. Da unten bist du sicher, ey. Hab ich auch grad rausgefunden. Du 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 du. Oh, das wird wieder so gefährlich. Haha. Das war episch. Das war mit Ansage. Tod mit Ansage. Ich hab nur 3 Leben. Was ist da los? Ja, du hattest so viele. Ich könnte jetzt einen Ausländerwitz machen, aber nein. Polen klauen nicht, ne? Polen? Ja. Wieso sollten Polen klauen? Das ist ein fieses Vorurteil, Maxi. Hab ich nie behauptet. Hör auf damit. Meine Aussage war, Polen klauen ja nicht. Ja, das war aber, da war deutlich Ironie zu hören. Iro was? Kenn ich ja nicht was ich sag. Ich mein nicht ernst. Iro Käse, ne? Ja. So. Bam 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 bam. Was machst du da? Cheatest du wieder? Ich zerstör alles. Ich zerpasse auf die Welt. Bist du der Terminator? Ja. Wieso macht der nicht kaputt? Stell dir mal vor, sie hätten Eduard für die Rolle des Terminators genommen. Ja, wär doch episch. Dann wär denn noch 10 Millionen mal mehr verkauft worden. Eduard Giese. Kenn ich nicht. Auf die Böe. Ja komm. SPREINKT- OOOOOO. Ich bin gesprungen. Bist du nicht? Doch, von unten gegen den Block. Sonst wärst du nicht gestorben, wärst du gesprungen. Doch, ich bin ja von unten gegen den Block gesprungen. Nein, hier an alle, mach mal hier. Spult zurück. Ich bin gesprungen. Und guck, dass er nicht gesprungen ist. Schreibt McFlurry in die Kommentare, wenn ich gesprungen bin. Ah! Schönen Tag! Oh! Oh! Ich bin wieder so ein Glück! Weiß ich hab mit meiner Heftigen... mit meiner Heftigkeit einfach weißt du. Cheater Modul! Was? Cheater Modul. Was? Cheater Modul. Das ist ja so ein Glück! Ich hab mit meiner Heftigkeit einfach... weißt du. Eigentlich wird das doch voll... NEIN! Hol dir von hinten eine. Sonst... ...wird das nicht... Einzigste Chance. Ah, da ist sie, da ist sie. Ah, die müssen jetzt auch wieder in Sport sein. Ah, gut, gut. Ich find das GARNICH WITZIG! Schrei mich nicht an! HALT STOPP! Was halt stopp? Jetzt rede ich! Ja, genau so ist es nämlich. Was machst du da? Ich spiel wie ein Pro. Also spiel ich nicht so wie du. Ja, seh ich. Das war eindeutig schwierig. Die ist doch gar nicht so schwer. Was dran stimmt, wenn ich mir im Kopf krieg? Ja, das Level ist irgendwie klein, ne? Ja. Ich.. Warum machst du schon wieder peinliches Schweigen? Du schweigst mich tot. Bliimbadlaba Ich schweig wegen unserer Peinlichkeit Wegen was? Wegen unserer Spielweite Ich habe gehört, du hast, äh, unbefleckte Empfeindlichkeit erlitten Ich verstehe dich nicht Wie, du verstehst mich nicht? Ja, verstehe ich nicht Buah So, von IQs zu çünkü zum n bazen Achso Diese Stelle ist unschaffbar, ich schwöre. Oh Gott, oh Gott. Wer ist der Beste? Wer ist der Beste? Ich, oder? Nee, du garantiert nicht. Nein, du garantiert nicht. Ich. Ich. Leider nein. Leider nein. Wer hat gerade episch daneben gesprungen, aber sich trotzdem noch ein Stern gekreift? Ich. Ich. Ich habe Swag, mein Junge, ich habe Swag. Weil du trotzdem nur ein Leben bekommst? Ich habe Swag. Du weißt um die liebe Sonne. Junge, ich habe Swag. Hast du noch Sonnenkrieg oder? Ich bestehe auf meinen Swag. Du hast keinen Swag. Ich habe Swag. Das ist Kackwort des Jahres. Das ist Hodder. Und was, Hodder? Hodder? Hodder ist ein Film, der heißt Hodder rettet die Welt. Das war doch gerade mit Absicht, oder? Nein, ich wollte einen schönen Brüdenpanz haben, um gegen die Sonne zu gewinnen. Ich bin ge... Oh, nein! Höhöh! Drück. Aber jetzt, ja. Ja, nö. Jetzt will ich nicht mehr gehen aus. Das musst du alle deinen Levels nochmal machen. Aber die sind fast alle von mir gemacht. Pilzhaus! Wo ist Pilzhaus? Hä? Da oben, siehst du? Nach der Sonne. Nein, nein, da ist keins! Geh wieder zurück! Ja, ja, ja. Ich geh gleich zurück. Du bist so abgewechst. Ja, ha, ha. Schaff ich aber eh nicht. So. Oh, ich glaube, meine Internetverbindung ist schlecht, ey. Ich dis... Ich dis... Ich diskonnekte mal eben, okay? Nee, machst du nicht. Weil? Ich dir das verbiete. Ja, dann haust du mich wieder, ne? Ja, so wie jeden Tag. Ganz brutaler Schläger. Du musst wissen, der gute Maxi ist SM veranlagt. Nein, leider nein. Doch. Ich muss dich enttäuschen. Da verwechst du gerade irgendwas. Was ist das? Ich habe vergessen. Das sind Luftgeist. Ist ja okay. Mach weg jetzt. Danke. Dann macht irgendjemand Seifenblasen. Nein! Du musst schon früher springen. Ich weiß, was ich machen muss. Ja, und wieso machst du es dann nicht? Weil du mich ablenkst. Hinter dir die Sonne! Welche Sonne? Da oben! Pass auf! Nein, du willst sterben! Du willst sterben. Oh! Fail! Nein, tot! Was tun? Tot ist roti. Rote Hose. Jetzt Sprinte! Gönn dir! Renn einfach. Ist egal, wenn du stirbst. Power. Ab! Ich glaube, wir machen jetzt auch mal Abwechsel, ne? Abwechsel. Du, ich eine Welt pro, du eine Welt pro. Sicherlich. Ich gönne mir jetzt mal ein Pilzhaus. Du, 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 du. Ja, Pilzhaus. Das soll an uns drin sein als ein Pilz. Richtig. Richtig. Abkörzung. Du, 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 du. So. Bist du sicher? Ich bin nicht nirrt. Boah, wir benutzen so schön kindliche Ausdrücke hier. Bist du ja nicht? Hoder. Du hast ja gelitten. Weißt du, was ich mir jetzt gönne? Ja, ein Monster. Rauchst du nirrt. Ich hab noch Monster im Kühlschrank. Willst du haben? Power, komm her! Dann kann ich aber nicht weiterspielen, ne? Ja, okay, dann bleib da. Ich bräuchte deinen Penis-Wing. Er hat Penis gesagt. That's what she said. Das ist von der anderen Seite. Das Wort she said ist mein Spruch. Wer hat das denn gesagt? Hast du den Putter tentiert? Ja. Putter tentieren lassen? Für die nächsten drei Jahre. Für die drei Jahre. Du lebst keine drei Jahre mehr. Nein. Das ist ein Fake. Die Welt geht nicht unter. Die geht auf. Ja, die geht auf oder unter. Das ist kein Unter. Stell mal vor, die geht auf. Doch. Ja, einmal in der Mitte. Und da ist dann noch eine größere Welt. Und dann, weil... Weißt du, was Geheimnis ist? Die Welt ist schwanger. Verstehst du? Das ist mir, ganz ehrlich, zu hoch. Ja, die Welt ist schwanger. Aber die lieber schon so lange, ne? Mal! Das find ich wieder lustig. Verdammte Scheiße! Ganz doll lustig. Ha! Ha! Hö! Hö! Sag mal Junge, du bist ohne zu Wort zur Welt gekommen. Was? Wenn du sowas lustig findest, hast du keinen Sinn. Wieso? Wer sagt das denn? Ich. Du hast auch keinen Swag. Du hast nicht Lustig. Scheiße. Und musst du immer noch von einer Seite machen. Ich. 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 Ich.